Es ist wieder Wahlzeit und da ist Politcast Uri natürlich auch wieder präsent. Wir haben alle Kandidaten unter 30 angeschrieben und eingeladen. Ein grosser Teil ist dieser Einladung euch gefolgt. Hier auf diesem Sofa haben alle Kandidatinnen und Kandidaten Platz genommen und sich ganz modern mit einem Selfie vorgestellt. Hier auf diesem heissen Stuhl wurden sie nachher von uns in die Mangel genommen. Mit kniffligen Fragen wollten wir herausfinden, was die Kandidaten denken und für was sie einstehen. Wir hoffen, dass wir euch mit diesen Kurzvideos die Wahl erleichtern können. Wer Politcast unterstützen kann, kann bei uns Mitglied werden oder einen Gönnerbeitrag spenden. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.politcast-uri.ch Deine Ministerin Von Säu Untertitelung. BR 2018